Hi Leute, heute geht es darum, die Faszien im Halswirbelsäulebereich, um eine Nackenentspannung dabei zu führen. Hilft auch super bei akuten Bandscheibenvorfällen, HBS-Bereich, um diese Faszien zu entspannen. Dadurch legt ihr euch mit den Lacken auf eine Blackroll oder Orange Ohr oder was auch immer. Die Beine hast ihr angewinkelt, sodass der Rücken schön kahl auf der Erde liegt und dann dreht ihr den Kopf in eine Richtung, bis ihr merkt, dass ihr wirklich auf diesem Muskelstrang von der Halswirbelsäule liegt. Wenn ihr da euren fiesesten Punkt gefunden habt, dann schiebt ihr euch mit den Beinen so ganz leicht ab. Das sind nur wenige Millimeter und arbeitet wie bei allen Übungen so zwei Minuten in den Bereich rein. Kann auch sein, dass ihr ab und zu mal etwas nachdrehen müsst, den Kopf. Wenn ihr die zwei Minuten durch habt, dann dreht ihr euch zur anderen Seite wieder, dass ihr den Muskelstrang erwischt und arbeitet wieder so ein, zwei Minuten, am besten zwei, in diesen Bereich rein. So löchst ihr die Faszie der Halsmuskulatur auf, lockert die schön und vermeidet Verspannung bzw. hilft akut Schmerzen im HBS-Bereich zu lindern. Wie immer sportfrei und fleißig üben. Vielen Dank. Danke. Danke.